So, ich würde sagen, bevor es losgeht, nochmal die Stimme ölen. Oh, lecker. Ja, und zum Thema lecker würde ich sagen, Flux 2 Nachbau. Ja, Freunde, ich habe von Dr. Emmett Brown die konkreten Pläne bekommen zum Nachbau. Und die möchte ich euch gerne einfach mal zeigen. Also, das Resultat und wie man von A nach B kommt, quasi das TimTims Navigationsgerät. Ja, kann ich noch was sagen? Nee. Ich weiß ja, wie viel auf uns zukommt und deshalb, wir starten mal direkt. Ja, und zwar hier, der Drehschalter ist auf zum Gerät gestellt. Und zwar das Flux 2 Gerät, das Original für, ja, nicht mehr und nicht weniger als für 200 US-Dollar zu bestellen. Plus Versand, plus Zoll. Ja, was kann das Gerät? Das ist ja eigentlich das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass wir wissen, was das Gerät kann. Dass wir, ja, wissen oder uns überlegen können, wie wir das Ganze programmier- und bautechnisch umsetzen können. Ja, also was haben wir? Also rechts, dass diese Pyramide, die man da auf dem Bild sieht, ja, ganz markant vorne diesen Drehschalter in Rot. Dann haben wir ja oben links die grüne LED, oben rechts die rote LED. Und was kann das Ganze denn so? Wenn man sich so ein bisschen da einliest, dann sieht man natürlich auch, dass es ein Temperaturmessgerät auch noch mit drin hat. Also ein Temperaturfühler. Und je nachdem, was man da eingestellt hat und, ach so, ich vergaß. Wir haben natürlich auch zwei Entfernungsmesser drin. Wir gucken einfach, was ich dazu geschrieben habe. Also hier präzise Bewegungs- und Abstandserkennung auf zwei Seiten. Also das sind unsere beiden Abstandssensoren auf Laserbasis, also Laserentfernungsmesser. Und dann können wir hier so Zonenanpassungen machen über unseren Drehschalter. Eine Temperaturerkennung haben wir da auch. Und farbwechselnde Lichter zur Anzeige und bla. Also ich habe das quasi einfach nur hier über einen Translator, äh, translatiert. Und hier einfach hingeschrieben. Ja, akustische Ausgabe haben wir natürlich auch. So, und, also, wir haben links und rechts unsere Sensoren und die Zonen. Da gibt es insgesamt vier Stück. Das sieht man hier links. Wenn man halt den Drehschalter dementsprechend in diese Richtung stellt, dann wird uns das über so ein bisschen Blinken angezeigt. Also, ne, grün, gelb, rot und lila. Also am Anfang kommt da so ein Blinkimpuls, dass man weiß, in welcher Zone man ist. Und dementsprechend wird quasi wie bei unserem, ähm, wie bei der Poltertune zum Beispiel, da hatte ich ja zuletzt auch das mit dem Ultraschallsensor gezeigt, da haben wir quasi dann fixe, fixe, äh, Zone, fixe Abstände, wann ein Alarm quasi auftritt. Also wenn so dieser Abstand unterschritten wird. Und dann ist halt bei der ersten Zone 30 Zentimeter, auf, auf metrisches Maß jetzt hier umgerechnet, da stand es ja in Fuß, beim Hersteller 60 Zentimeter, 1,20 und 2,10 Meter. Ja, und hier unten links, da sieht man nochmal, äh, ja, was so das Gerät macht, so Blinkimpuls mäßig. Das ist eigentlich alles nur wichtig, wenn man das Ganze nachprogrammieren möchte. Also im Standby, sag ich jetzt einfach mal, wenn das Gerät keinen Alarm gerade mal anzeigt, ausgibt, dann habe ich so ein pulsierendes blaues Licht. Und, ja, es sucht halt in dem Moment nach Änderung das Gerät. Ein grünes Licht hier mit solchen kurzen Pieptönen, äh, gibt es einmal in Tief und in Hoch, je nachdem, äh, habe ich einmal, äh, ja, eine Bewegung auf der linken Seite detektiert oder auf der rechten Seite. Und bei den langen Tönen, Hoch oder Tief, gibt es halt einen Temperaturabfall oder einen Temperaturanstieg. Und dementsprechend gibt es da natürlich auch noch, ähm, ja, die Farbe, ja, habe ich ja alles, denke ich mal, gesagt, oder? Habe ich zu vergessen? Ich weiß gar nicht. Aber das sieht man ja auch oben auf der mittleren Grafik ganz gut. Also Temperatur steigt, rotes Licht, Temperatur sinkt, grünes Licht, Alarm rechts, also rechts wurde eine Bewegung erkannt. Diese Zone, jemand ist in unserer Zone. Äh, grünes Licht und das Ganze auf der linken Seite mit rotem Licht. Ja, viel dazu erzählt. Ihr könnt da selber noch mal bei denen auf der Internetseite gucken oder hier, äh, auf YouTube oder so, die, die Videos da mal zu angucken. Das ist auch ganz interessant. Da sieht man das Ding auch mal in Action. Da habe ich so ein Video gesehen von einer weißen Variante. Sehr interessant. Ja, mh, kann man auch sagen? Nö. Ich würde sagen, wir machen einfach mal jetzt hier weiter, ja, zum Thema Sensoren. Ähm, da haben wir jetzt hier rechts, also den Laserabstandsensor. Da hatte ich ja auch schon mal ein Video zugemacht zu diesem, ähm, Lasergrid. Wie hieß es? G, 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 G2? Ne, Lasergrid, äh, Gerät. Da hatte ich auch schon mal so ein Nachbauvideo zugemacht. Da war ja auch ein, äh, Laserabstandsensor drin. Den habe ich, oh ja, stimmt, ich erinnere mich, den habe ich aber damals nicht reingebracht, weil ich, ähm, das vom Prinzip her mit diesem Laser, äh, fragwürdig finde. Das ist jetzt zwar nicht Thema, aber das ist ja genau dasselbe Prinzip wie bei der, ähm, Poltertune mit dem, mit dem Ultraschallsensor. Denn wir brauchen ja auch beim Laserabstandsensor eine feste Oberfläche, wo halt unser Laserstrahl, der wird ja irgendwo hingeschossen und dann reflektiert er dort, kommt wieder zurück und aufgrund der Laufzeit wird halt wieder die, äh, die Entfernung berechnet. Ja, aber das ist jetzt auf dieser, auf dieser Seite jetzt hier gerade nicht das Thema. Also, wie gesagt, man sieht definitiv, wenn man sich das Ganze anguckt, weil man will ja auch die richtigen Sensoren verwenden. Und auf diesem seitlichen Bild sieht man ganz gut, dass es dieser typische Laserabstandsensor ist. Ja, äh, was haben wir noch? Ja, diese RGB-LEDs sind da oben drin verbaut, weil halt verschiedene Farben angezeigt werden. Deshalb, da sind auch diese klassischen wieder drin, die wir ja auch, ähm, von dem Shadowtracker kennen. Und vorne, da ist, oder beziehungsweise auf der Rückseite ist ja, ähm, so ein dreieckiges Gitter. Und da vermute ich halt den Temperatursensor, weil woanders habe ich den jetzt nicht gefunden. Und da wird der schon so ein bisschen Sinn machen, ist so ein bisschen auch versteckt vor Wind. Wobei ich gehört habe, der soll relativ windanfällig sein. Man weiß es nicht, ja. Und vorne, der rote Schalter, das ist quasi ein einstellbarer Widerstand, so ein Potentiometer, wo am Anfang, wie bei so einem alten Radio, wo man auch am Anfang, wenn man den Schalter so dreht, da klickt es halt einmal und dann wird halt das Gerät eingeschaltet. Und alles, was danach kommt, ist halt der Widerstand, also ein Widerstand mit Schalter. Genau, das war es hier zu den knallharten Fakten, um halt zu wissen, was rein muss. So, und wir drehen unseren Schieber, unseren Schieberegler, unseren Poti jetzt hier so ein bisschen weiter auf Teile. Genau, und hier mal so ein paar Preise und der Sensor, der VL53L1X, das ist ein sogenannter TOF, Time-of-Flight-Sensor, also ein Laser-Entfernung-Sensor. Ja, und hier daneben nochmal unser Ultraschall-Sensor, also so vom Prinzip her, machen die oder fungieren die ähnlich, nur der eine halt mit Ultraschall und der VL53L1X mit Laser. Ja, Reichweite, der L1, der hat bis zu 4 Meter, den gibt es auch noch als L0-Variante. Da ist er, glaube ich, bis 2 Meter und ja, von der Funktion, hier steht das auch nochmal, was ich ungefähr gerade gesagt habe. Ich lese mir das gerade mal durch. Also erzeugt natürlich so einen Lichtstrahl, den wir nicht sehen können, hier 940 Nanometer. Trifft auf ein Hindernis und wird dann wieder zurückreflektiert und die Zeit, die vom Hindernis bis zurück, die wird halt gestoppt. Und ihr kennt das Spiel. So sieht es aus, ja, hier ein paar Preise, teilweise, ja, ich weiß nicht, 11, 10, 9, 8, 7 Euro, günstig, teuer. Ich habe oben diese Variante von Amazon mal genommen, zwei Stück für 20. Ja, fand ich ganz fair und ihr solltet auf jeden Fall dann darauf achten, wenn ihr euch so ein Ding kauft, dass da diese Kappe dabei ist. Ich meine, ich gehe mal ganz kurz hier für mich zurück, genau, das Gerät, das Flux 2, hat das offenbar nicht. Also man kann seitlich direkt auf den Sensor drauf gucken. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so gut ist. Auf jeden Fall, ich habe bei meinem Nachbau jetzt die Kappe mit drauf gemacht, diese Schutzkappe. Ich weiß nicht, ob die nur den Sensor schützt oder ob die auch, ob dieses Glas oder dieses Kunststoff, was da, dieser Kunststoff, der da drin ist, ob der auch noch irgendwelche Besonderheiten hat, dass der irgendwie besser das Licht oder vielleicht ist das so ein Filter. Denn was ihr auf jeden Fall wissen müsst bei dem Gerät, wenn ihr das im Hellen benutzt, bekommt ihr relativ schnell, wenn man halt eine hohe Entfernung einstellt, also zum Beispiel die Zone 4, bekommt man relativ schnell falsche Rückmeldungen. Und deshalb, also das Gerät würde ich auf jeden Fall immer nur im, oder bei Dunkelheit verlässlich bedienen wollen. Ja, da haben wir es wieder, außer wenn es euch um irgendwelche lustigen Rückmeldungen ankommt. Auf jeden Fall, hier habe ich, wie gerade festgestellt, eben dunkeln ist das Ding definitiv besser. Da sieht man auch ganz am Ende nachher nochmal so ein Video, wo ich dann mit draußen in der freien Natur rumlaufe. Und ja, bei Dunkelheit ist es kein Problem. Genau, das sind so die Preise. Wie gesagt, oben den von Amazon. Und ja, wir brauchen zwei Stücken, ne, denk dran, ne. Aber hier oben bei dem Zweierpack von Amazon halt nur einmal das Ganze. Ja, machen wir weiter, ne. Hier, äh, ja, hatte ich ja gerade auch gesagt, wie beim Shadow Tracker, die WS2812B, diese RGB-LEDs. Da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Ihr könnt natürlich auch das als Streifen, so einen Meter euch da holen für, ja, 5 Euro. Oder ihr kauft euch hier so 10 einzelne für 3,50. Rein theoretisch kriegt ihr natürlich mehr LEDs da links. Da gibt es ja dann irgendwie bei einem Meter für knapp 5 Euro, da gibt es ja 30 Stück. Ja, rechts halt irgendwie 10 für 3,50. Aber ich habe halt die rechts benutzt als kleine Information. Genau. Und ja, vom Anschließen her. Naja, ihr habt das alles schon mal gesehen. Da erzähle ich euch ja auch nichts mehr Neues. Machen wir hier mal weiter mit, oh, einer multifunktionalen Seite. Ja, einmal den Temperatursensor und wir brauchen hier einmal so einen Buzzer. Das ist ein bisschen was anderes. Also in Anführungsstrichen. Warum erzähle ich euch gleich? Als erstes hier den Temperatursensor, den 18B20 von minus 55 bis 125 Grad. Ich hoffe, keiner von euch erreicht diese Endzonen und eine Genauigkeit von plus minus 0,5 Grad Celsius. Allerdings nicht mehr im äußeren Bereich, irgendwo so in der Mitte. Ich habe das jetzt nicht dazu geschrieben, aber in dem Bereich, wo wir oder ihr das benutzen werdet, das Gerät, da ist die Genauigkeit halt plus minus 0,5 Grad Celsius. Ja, der kostet ja, der kostet jetzt 2,10 Euro. Wenn ihr mehr kauft, solche Sets, wo mehr drin sind, wird es natürlich günstiger. Von daher. Ja, aber damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe den jetzt nicht nur beim Flux 2 genommen, sondern auch beim Gertinos ist der auch mit drin. Funktioniert ganz gut. Ja, und rechts hier unser passiver Buzzer verstärkt. Und zwar, ich hatte das Ganze erst mit einem normalen passiven Buzzer benutzt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass im Original definitiv vom Klang her nicht so ein Buzzer drin sein wird. Weiß ich jetzt nicht, was die da reingenommen haben oder reingebaut haben. Hört sich auf jeden Fall schöner bei denen an. Ich habe hier einfach nur, weil ich es so kannte, so einen Buzzer genommen. Vielleicht haben die auch so einen normalen Lautsprecher genommen. Ach, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe hier so einen schönen Buzzer genommen und den passiven, der halt je nachdem, was man da für ein Signal drauf gibt, unterschiedliche Töne auch kann. Aber in diesem Fall ist es, ich sage mal, in Anführungsstrichen anaktiver oder eher verstärkt. Denn, ja, wie man hier auf dieser mittleren Grafik sieht, da ist halt so ein Transistor mit drin, und der das Ganze halt, wie gesagt, verstärkt. Denn, mir ist aufgefallen, als ich das mit einem normalen passiven Buzzer genommen, ja, verwendet habe, wurde halt bei diesen kurzen Pieptönen relativ leise. Und relativ leise ist halt auch relativ unschön. Und da habe ich durch Zufall hier für 2,85 Euro so einen aktiven passiven Buzzer gefunden, also so einen verstärkten. Und den habe ich einfach mal bestellt und, ja, der funktioniert hervorragend. Gut, also es ist deutlich lauter durch gewesen. Und von daher, ja, kann ich irgendwie dafür empfehlen. Also würde ich auch machen. Also ihr könnt auch den normalen passiv nehmen, den unverstärkten. Aber dann wird es halt bei diesen kurzen Pieptönen, die da sind, so ein bisschen, ja, leiser. Und, ah, noch zu den Pieptönen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade da hingeschrieben habe. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück hier für mich. Ja, auf der Internetseite beim Hersteller, da stand auch noch mit dabei. Wenn ihr euch halt dem Gerät auch nähert, von links oder rechts, dann hat man nicht nur so einen gleichmäßigen Piepton, also in einer hohen oder tiefen Frequenz, sondern je nachdem, wie nah man dran geht, wird halt die Frequenz auf der einen Seite höher. Also auf beiden Seiten wird es höher, aber quasi auf der einen Seite fängt der Grundton, der erste Ton höher an, als auf der rechten Seite, ne? War das so? Oh, ich muss wieder mal zurückgehen. Wie steht es da? Oh, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. Oh, oh, oh. Unvorbereitet hier, drei Minus. Genau, was steht denn hier? Auf der linken Seite steht hier grünes Licht und ein kurzer, tiefer Ton. Ich weiß gar nicht, habe ich das auch so gemacht? Auf der linken Seite? Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass der Ton halt relativ hoch anfängt und dann noch höher wird, je näher man an das Gerät reinkommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Ton relativ tief anfängt, aber dann auch höher wird. Also so rein theoretisch überschneiden sich die Töne halt von der Tonhöhe nicht, sodass man immer weiß, auf welcher Seite quasi gerade der Alarm ist und wie nah etwas an dem Gerät dran ist. Aber das schauen wir uns nachher einfach nochmal an. Ich habe, glaube ich, auch so ein paar Anpassungen von mir gemacht, auch gerade was jetzt die Beleuchtung anging bei der Temperatur. Ich glaube, standardmäßig ist da bei der Temperatur drin, dass wenn die höher wird, ist es, glaube ich, grün gewesen und bei tiefer rot. Also ich habe es a gedreht und b habe ich es hinterher bei der Umsetzung auch farblich anders gemacht. Da habe ich, glaube ich, gelb für höher und blau für tiefer. Aber Farben könnt ihr hinterm Quellcode theoretisch so machen, wie ihr lustig seid. So, aber jetzt haben wir hier genug über diese Folie uns unterhalten, denn wir wollen auch weiterkommen. Und zwar hier mit unseren Interessanten, mit unserem Interessanten, Poti mit Schalter. Den gibt es hier auch für 1,70 Euro kostet der. Den gibt es hier in verschiedenen Widerstandswerten. Ich habe genommen, jetzt lasst mich mal ganz kurz nicht lügen, ich glaube, ich habe 5 oder 10 Kilo Ohm, habe ich genommen. Von daher, also die könnt ihr auf jeden Fall nehmen, ich könnte auch die anderen nehmen. Aber ich habe jetzt die genommen, 5 oder 10. Ich glaube, beim Testaufbau waren es 5 und hinterher waren es 10, irgendwie so oder umgekehrt. Genau, und wer einen Drehkopf, Drehkopf, wer einen Drehknopf hier direkt mitbestellen möchte, für 1 Euro gibt es den hier auf dem Bild. Das ist die Variante C in Rot. Genau, und hier sieht man auch nochmal auf der Skala rechts bei dem, achso, wir brauchen hier von übrigens jeweils dann einen, ne? Und im Vorfeld auch, ja, habe ich das gerade gesagt, jeweils einen. Und auf jeden Fall hier unten rechts auf dem Ebay-Bild, da sieht man auch, unten steht, ist ja dieser fast geschlossene Kreis. Da steht er einmal auf und dann von links nach rechts hier der On-Bereich in grün. Und je nachdem, wo man sich da befindet, wird halt der Widerstand höher oder tiefer. Und so erkennt halt unser Gerät hinterher, in welchem Zonenbereich wir sind. Also wenn wir jetzt quasi, weiß nicht, wir nehmen jetzt irgendwie den 10 Kiloohm Widerstand und dann von 0, in Anführungsstrichen, bis 2500 Ohm ist Zone 1 und dann darüber bis 5000 ist Zone 2, dann bis 7500 die 3 und dann von 7,50, also ihr wisst, knapp über 7,5 bis 10 die Zone 4. Also so machen die das, so setzen die das um. Genau. Ah ja, hier auch nochmal ganz wichtig, hier der Schaltstrom. 1,5 Ampere brauchen wir nicht, ich weiß gar nicht, ich meine, ich hatte das mal gemessen, da war ich, glaube ich, bei voller Party bei 80 oder 90 Milliampere. Irgendwie so, ja hier Achsendurchmesser 6 Millimeter, also da gibt es unzählige Knöpfe für, das ist so ein Standardding, Standardachsenmaß, deshalb. So, ich mache mal vor, zurück, vor, zurück. Ja hier, was brauchen wir noch? Wir brauchen für unseren Temperatursensor, das sehen wir nachher auch auf der Schaltung, da brauchen wir einen 7,5 Kiloohm, 7,5, 7,4,7 Kiloohm, 4700 Ohm Widerstand für unsere One-Wire-Busleitung. Also so heißt das Prinzip, also dieser Bus, diese Verbindung zu unserem Temperatursensor und ja, der wird nämlich die Datenleitung über den 4,7 Kiloohm Widerstand auf plus 5 Volt hochgezogen. Genau, denn das ist quasi im Ruhezustand das Potenzial auf dem Bus. Ja, also ihr seht, kostet nicht so wirklich viel, ihr könnt auch direkt hier oben für 1 Euro mehrere kaufen, genau. So sieht das Ganze aus, die Grafiken hier aus dem Datenblatt, könnt ihr mal reingucken, wen es interessiert. Ja, machen wir weiter. Oh ja, hier Mikrokontroller, Mikrokontroller, da habe ich jetzt hier in dem Fall den Arduino Nano V3 genommen. Warum habe ich das gemacht? Also im Endeffekt ist das hinterher nicht viel, was da dran angeschlossen wird, aber ich hatte mir vor langer, langer Zeit rechts diesen LGT8F328P aus China bestellt. Und das ist so ein Nano V3-Klon, ich meine rechts diese günstigen Nano V3, das sind ja auch Arduino-Klone. Die originalen von Arduino kosten ja noch mehr. Also das ist quasi ein Klon vom Klon und der hat die exakt gleiche Pinbelegung wie der Nano V3 und kostet allerdings nur die Hälfte jetzt in dem Fall. Ja gut, ich meine, wenn man es aus China bestellt, kostet es ungefähr eh nicht. Was ich sagen will ist, ich hatte mir den vor ganz, ganz langer Zeit mal bestellt und ich wollte den unbedingt mal testen und ja, weil man da gleich, das sehen wir nachher auch nochmal so ein bisschen was in der Arduino-Idee einstellen muss, um den benutzen zu können, sage ich jetzt hier erstmal pauschal, dass ich den Nano V3 nehme, weil ihr könnt den Nano V3 nehmen oder halt diesen LGT8-Klon hier. Das ist Wurst, weil, wie gesagt, die machen beide genau das Gleiche, die arbeiten gleich. Der rechts, der ist von den analogen Eingängen, ist der Feiner. Der hat anstatt 1024 Abstufung, hat der 4096. Deshalb, das müssen wir nachher auch im Quellcode einmal kurz ansprechen, da muss man was ändern, wenn man rechts den nimmt. Ja, wie gesagt, ansonsten könnt ihr den einen mal nehmen, bei den anderen ist alles kein Problem. Genau, Nano V3. Jetzt geht es hier weiter. Eine Box. Da habe ich jetzt hier das Gehäuse, das G02B genommen. Je nachdem, wo man guckt, bei Reichelt findet man darunter so ein bisschen was, ich weiß gar nicht, ob das von der Größe her gepasst hatte, aber bei Reichelt hat er, glaube ich, nur eine Schraube. Und wenn ihr den wirklich bekommt, der ist halt Müll. Mit einer Schraube, die ist kurz über dem Batteriefach. Der hält quasi eine Schraube beide Seiten zusammen. Ja, das ist halt Käse. Und das habe ich jetzt hier mal hier Konrad und Völkner hier angegeben. Da gibt es das Ding, ihr seht es hier oben bei Völkner, zum Beispiel 2,80 Euro. Ja, und wie gesagt, vier Schrauben. Die vier Schrauben Variante, die ist auch vom Gehäuse relativ gut. Also die ist wirklich ein vernünftiges Gehäuse. Batteriefach hier klassisch wieder für 9 Volt Block. Damit betreiben wir unseren ganzen Spaß. Und ja, wir brauchen natürlich nur hier noch so einen feinen 9 Volt Clip. Ja, so sieht das Ganze aus. Also mit dem Gehäuse habe ich das auch wirklich gemacht. Was ein Zufall. Genau. Ja, und hier, ja, Kleinkram. Ich mache das halt ganz gerne, weil ich finde das immer so ein bisschen... Also klar, man könnte jetzt zum Beispiel direkt die ganzen Kabel auf den Mikrocontroller, also durch die Löcher da durchfädeln und dann da festlöten, geht auf jeden Fall. Und bis jetzt ist mir auch noch kein Mikrocontroller irgendwie mal kaputt gegangen. Oh, ich trinke mir erst mal einen Schluck. Bevor das Getränk kalt wird. Bis jetzt ist mir noch nie so ein Mikrocontroller kaputt gegangen. Und ich habe das jetzt auch noch nicht wirklich gehört, aber ich finde das halt besser, das über so eine Platine hier zu lösen. Also so eine Lochraste habe ich jetzt hier genommen mit diesen Buchsenleisten. Und dann kann ich halt direkt den Controller da draufstecken, rausziehen. Ja, also wenn man natürlich ein flaches Gehäuse nimmt, dann muss man halt das Ganze mit der Buchsenleiste weglassen. Also das nimmt einfach zu viel. Also das ist zu hoch. Das wäre dann zu eng. Aber wenn ihr halt Platz habt und wollt das irgendwie so ein bisschen schicker machen, dann würde ich das halt so mit so einer Platine hier machen, mit so einer Lochraste-Platine. Und dann mit den Buchsenleisten. Joa. Ist aber nur optional. Also deshalb auch kleinen Kram optional. Ah, steht ja alles. Kostet ja auch nicht so viel. Und jetzt in diesem Fall habe ich hier mit dieser Kupferlitze auch gearbeitet. Ich fand das mit der starren Leitung in dem Falle, also starre Leitung manchmal macht es damit Spaß zu arbeiten, aber manchmal auch nicht. und da lässt sich halt so immer ein bisschen schwer immer so zusammenlöten. In dem Fall habe ich jetzt hier diese flexible Kupferlitze genommen. Von daher, so sieht es aus. Ja, oh, ich sehe, der Drehschalter, der wurde jetzt hier weiter gedreht auf Controller. Ja, Controller. Was sagt uns das? Und zwar habe ich ja gerade gesagt, wenn ihr jetzt hier diesen LGT8F328P nutzen wollt, also diesen V3-Klon, es gibt auch übrigens, war aber jetzt aktuell nicht immer lieferbar, einen Pro-Mikro-Klon davon. Auch sehr interessant. Aber wie gesagt, hier, wenn ihr den benutzen wollt, dann müsst ihr so ein paar interessante Sachen machen. Und zwar zum einen müsst ihr hier, wenn ihr bei eurer Arduino IDE da seid, dann müsst ihr hier Datei, Voreinstellung, und dann kommt da dieses Fenster, und da muss man unten, wie man das auch unten so sieht, da über diesem Abrechen, das ist ja so ein viereckiges Ding noch, das sieht aus wie so ein Fenstersymbol, und da müsst ihr bei dieser zusätzlichen Bordverwaltung, URL, nee, Bordverwaltung URLs, da müsst ihr quasi den Link reinschreiben, der da drunter ist, ist gleich auch wieder in der Beschreibung, also müsst ihr nicht abtippen, damit ihr im zweiten Schritt, unten links, über Werkzeuge und den Bordverwalter, müsst ihr dann darin das LGT8FX suchen, und ihr findet da nur was, wenn ihr im Vorfeld oben diese URL, diesen Link eingefügt habt, und zwar müsst ihr dann hier, wie ich das auch auf dem Bild zeige, müsst ihr dieses Bordpaket installieren, und dann könnt ihr bei euch ganz normal als Mikrocontroller hier das Bord auswählen, und zwar hier mit diesen Einstellungen, ihr müsst da auf jeden Fall 16 MHz einstellen, da gibt es auch höhere Einstellungen noch, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was das war, aber das Bord funktioniert mit den 16 MHz, man kann das auch noch durch einen externen Kristall quasi schneller machen, schneller takten, aber hat der ja nicht, oder machen wir jetzt hier in dem Fall nicht, deshalb ganz klassisch die 16 MHz, und halt alles so, wie es da draufsteht, Comport halt, je nachdem, was da gerade so angezeigt wird, wegen der USB-Verbindung, ist ja immer so ein bisschen was anderes, genau, also mit diesen Einstellungen, über diesen Weg, könnt ihr das, den Klon vom Klon, mit dem Namen LGT8F328P, verwenden, genau, Entschuldigung, ich muss noch mal was trinken, kurz, jetzt ist es auch leer, ja, so sieht das Ganze aus, und noch mal ein kleiner Link, wo das auch noch mal erklärt wird, da gibt es so ein paar verschiedene Anleitungen, auch noch mal, dass man irgendwelche ZIP-Dateien runterlädt, ich fand diesen Weg am elegantesten, und deshalb habe ich den auch gewählt, und euch jetzt hier gezeigt, so, auha, guck mal, der Schiebeschalter steht auf 3 Uhr, 3 Uhr schon durch gerade bei mir, aber so ungefähr, der Plan, ja, der Plan, der Plan, links in der Beschreibung, ne, das muss ich nochmal abändern, hier gerade steht links, ich weiß gar nicht, das habe ich bestimmt irgendwo rauskopiert, der Link, der, oder allgemein, ach, ich lasse das so, oder auch nicht, werdet ihr dann sehen, also, der Plan ist natürlich selbstverständlich wieder in der Beschreibung, zum in groß angucken, ne, als PDF, damit ihr hier nicht das Video anhalten müsst, oder so, für den, den es interessiert, also ihr seht, es ist relativ wenig los, und, ja, es ist hier aufgefallen, bestimmt im einen oder anderen, es gab da jetzt standardmäßig kein Poti mit Schalter, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, ich habe das hier ganz normal wieder klassisch, für den, der da Lust drauf hat, ihr könnt das natürlich auch mit einem normalen Potentiometer, mit normalen, einstellbaren Widerstand machen, und mit einem zusätzlichen Schalter, je nachdem, wie ihr da gerade Lust drauf habt, das geht natürlich beides, ähm, ich habe das jetzt hier einfach mal so eingezeichnet, also wir haben jetzt ganz klassisch wieder einen Schalter, der Mikrocontroller, und dann sieht man jetzt hier oben, dass wir auf unsere, WS2812 hier drauf gehen, hier ist natürlich so ein Streifen, einfach nur so, so gab es halt da als Grafik, ja, und hier unser Buzzer rechts, da mit diesem Minusstrich und dem S, da gab es natürlich auch nicht unseren aktiven Buzzer, aber, ähm, so ist das Ganze, und jetzt hier, ach genau, ach doch, ich überlege gerade, das ist der aktive Buzzer, jetzt habe ich es wieder, das ist der aktive Buzzer, aber das originale Bild gab es halt nicht dazu, deshalb haben wir auch hier, das ist nämlich der Unterschied bei dem aktiven Buzzer, da braucht man nämlich einmal Plus und Minus und die Datenleitung, und wenn ich ja nochmal einen passiven Buzzer nehme, also dann habe ich halt nur unsere Datenleitung Minus, deshalb, hier auf jeden Fall drei Anschlüsse, Plus, Minus, mal geteilt, nein, Plus, Minus, und die Datenleitung, ha, jetzt habe ich es, wie gesagt, schlecht vorbereitet, ich habe ja sowieso die ganze Sache nur von der Redaktion reingekriegt, und ich gebe ja einfach nur meine Stimme für das Projekt, Spaß, ja, oben in der Mitte, das ist hier unser Temperatursensor, und da sieht man auch den Widerstand, in der Mitte ist halt, wie man da gut erkennen kann, ist unser Datenpin, links, das blaue ist natürlich der Minus, rechts ist Plus, und dann zusätzlich wird von dem, von der Plus, 5 Volt nochmal, über den Widerstand auf den mittleren Datenpin gegangen, um das zu erreichen, was wir vorhin besprochen haben, ja, hier unten rechts, der Petillo da, das ist ja unser, unser anstellbarer Widerstand, die Mitte quasi geht auf unseren A0, ja, und dann unten unsere beiden, unsere beiden Laserentfernungsmesseinheiten, da ist ein bisschen mehr los, Plus, Minus, klar, und dann haben wir natürlich noch unsere, unsere Datenverbindung, und noch zusätzlich hat jeder hier einen, einen Ausgang, der auf den digitalen Eingang geht, beziehungsweise in dem Fall ist es dann ein Ausgang, weil wir dann, ähm, das so machen müssen, was das Messprinzip angeht, dass wir nicht gleichzeitig beide Sensoren quasi auslesen können, sondern immer nur ein nach dem anderen, und über diesen, äh, ich muss mal kurz näher rangehen, was steht denn da? Ähm, das ist der X-Shot? Ja, dieser X-Shot oder was da steht, ich hätte das mal größer machen können, sitzt ja auch 8 Meter entfernt, ähm, da quasi ist es so, wenn ich dann da ein High-Signal draufgebe, oder ein Low-Signal, kann ich den Sensor entweder aktivieren oder deaktivieren, und dann aktiviert man halt den einen, liest dann den Wert, der gerade über den, über unseren I²C hier, ne, die gelb und grüne Ader, die da quasi gerade gesendet wird, dann deaktiviere ich den Sender, und dann aktiviere ich den, den Sender, dann aktiviere ich den, den anderen Sensor, und lese dann da die Daten, die gerade ankommen, so geht das immer hin und her, und deshalb brauchen wir diesen zusätzlichen, äh, Pin, um halt den Sensor quasi auszuwählen, deshalb, man kann auch da mehrere dran machen, und das Spielchen geht dann halt immer so weiter, da könnte man dann auch irgendwie so 360 Grad, oder, oder sowas machen, aber man könnte rein theoretisch auch mehrere noch anschließen, zehn Stück oder was, ja guck, ich weiß gar nicht, wie viele drangehen, und dann wird halt der Reihe nach immer der eine aktiviert, der andere aktiviert, und so weiter, genau, viele Worte hier für diese, für diese Beschreibung verloren, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich hier, ja, mir dabei gedacht habe, und ja, wie gesagt, ist halt relativ wenig, was man machen muss, ja, ist mir auch später bei Bauen aufgefallen, hat mich irgendwie gefreut, so, ho, Quellcode, der Drehschalter, dreht sich weiter, ununterbrochen, er ist nicht aufhaltbar, unstoppbar, genau, Quellcode, ja, hier, ich habe immer so ein bisschen was dazu noch geschrieben, sieht ein bisschen wild aus, Link natürlich zum Quellcode, auch wieder in der Beschreibung, kostenlos, so sieht es aus, und jetzt hier als allererstes mit diesem grünen Rahmen, wo auch der braun-orangene Pfeil ist, da steht AD-Wandler, und jetzt hier für den, wenn ihr den V3 nehmt, dann müsst ihr dahinter die 1023 schreiben, von, ne, also von 0 bis 1023, 1024 verschiedene Stufen, steht doch da rechts daneben als Kommentar, und wenn ihr diesen, den LGT8 da nehmt, dann müsst ihr da eine 4095 hinschreiben, denn im Nachhinein teile ich halt immer durch 4, äh, das sieht man auch gleich, ja, das sehen wir da auch gleich rechts, irgendwie so ein bisschen, aber auf jeden Fall gibt es halt 4 Stufen, und ich habe das dann halt so intern, 4 geteilt, und dann dementsprechend ist angepasst, also, er teilt halt je nachdem, wie genau halt der analoge Eingang ist, mh, genau, 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 da müsst ihr drauf achten, entweder nehmt ihr den Nano V3, schreibt er 1023, oder nehmt den anderen, schreibt er 4095, ja, was haben wir noch, hier, äh, fangen wir mal, wo fangen wir an, äh, oben, oben, ihr seht immer hier bei den LEDs, da kann man natürlich auch wilde Zahlen hinschreiben, um eine Farbe zu kriegen, aber es gibt auch standardmäßig so ein paar Farben, die da drin sind, jetzt hier zum Beispiel für den Zonenwechsel, Grün, das ist jetzt Zone 1, zum Beispiel, Zone 2, da steht dann irgendwie Red, bei Zone 3 ist es ja Yellow, und, äh, Zone 4 ist dann Purple, steht da irgendwie, ne, genau, von daher, da kann man auch, wenn man da lustig ist, das noch ein bisschen anpassen, und was haben wir noch, ah, genau, hier zum Beispiel, der zweite rote Block von oben, das ist das für die Temperatur, da habe ich jetzt zum Beispiel hier, standardmäßig ist da zum Beispiel Rot drin, da habe ich jetzt hier Gelb hingemacht, von daher ist es einfach so optisch ein bisschen, ja, also man kriegt es schon auch nur allein vom, vom Signal hin, weil hier zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt in dem Fall ein Signal für zwei Sekunden, also 2000 ist zwei Sekunden, von 1600, das sind 1600 Hertz, also 1,6 Kilohertz, ähm, rausgebe, die, ähm, ja, wiedergegeben werden, sind das, sind das doch, ich meine auch, doch, 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 das müsste so sein, das kommt mir so ein bisschen niedrig vor, aber, genau, 1600, ja, ich denke, das wird das die 1600, ich meine, ich habe, ich habe das so oft in letzter Zeit gehört, äh, ich finde die Töne schon relativ hoch, aber 1600 kommt mir so niedrig vor, aber ich denke, das wird 1600 Hertz sein, ähm, genau, also jetzt in dem Falle, kriegt man es nur von der, vom Ton und von der Tonlänge her, sowieso ja raus, ob es ein Temperaturanstieg war, oder ob da irgendein Laser Entfernungsmesser ausgeschlagen hat, aber ich habe das hier einfach nur von der, von der Farbe ja auch nochmal angepasst, das ist wie gesagt, ich gelb und blau habe, anstatt rot und grün, fand ich irgendwie angenehmer, und hier, äh, der dritte Block, Alarmschritt, das ist 350, das sind 35 Zentimeter, da, das ist bei mir jetzt ein Schritt, dass ich, wie man es hier auch im vierten Block sieht, also der erste ist halt, ähm, 35 Zentimeter, der zweite 70, der dritte 1,40, und der, äh, die, die vierte Zone ist bis 2,10 Meter, so habe ich das gemacht, also 35 hier, da konnte ich das halt durch, durch das Multiplizieren halt relativ einfach machen, genau, da könnt ihr natürlich auch die Schrittweite, könnt ihr vielleicht auch 30 hinschreiben, oder 20, je nachdem, wie, wie viel ihr da haben wollt, und könnt den Multiplikator dann davor noch ändern, genau, und, ähm, je nachdem, da müsst ihr dann drauf, achten, ähm, wenn ihr die, das, das Potentiometer, also den Widerstand, wenn ihr halt die Pins, wo Plus und Minus dann kommt, also links und rechts ist ja Plus und Minus, in der Mitte geht ja der analoge Ausgang raus, wenn ihr Plus und Minus vertauscht, dann müsst ihr hier die Werte einmal drehen, das hatte ich nämlich zuerst falsch, ich dachte, ich hätte es richtig angelötet, aber war halt nicht so, deshalb habe ich sie auch angepasst, dann würdet ihr da hier diese Sensorwahl neu, wo da steht 4, 3, 2, 1, das würdet ihr dann komplett drehen, und oben natürlich auch die Werte 6, 4, 2, 1, das würdet ihr dann auch einmal drehen, also quasi ist unten, oben, und oben, unten, ne, weil er dann halt vom Einstellen her, deshalb, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr das Falschrum angeschlossen habt, deshalb, ja, das nur als kurze Information, das kann man so ganz einfach durchs Anpassen des Quellcodes beheben, oder ihr lötet es halt einfach wieder um, genau hier, also, dann gibt es einmal noch TempDiff, TempDiff gleich 2, und das arbeitet zusammen mit TempWarten gleich 5000, also 5 Sekunden, und hier ist es nämlich so, dass alle 5 Sekunden die Temperatur überprüft wird, also es wird die ganze Zeit gemessen, aber wir speichern quasi immer nach 5 Sekunden, und dann wird nach 5 Sekunden geprüft, ob der neue Wert, der aktuelle Wert, höher oder niedriger ist, als vor 5 Sekunden, und zwar um diese Temperaturdifferenz von, jetzt hier zum Beispiel 2, und wenn dieser Wert halt gestiegen ist um 2, oder gesunken um 2, dann gibt es einen Alarm. Ich hatte das in der Vergangenheit, oder davor mal mit 1 ausprobiert, einfach nur zu Testzwecken, und da konnte man doch schon mit den Fingern den Temperatursensor gut überlisten, aber bei der Temperaturdifferenz von 2 nach 5 Sekunden, obwohl jetzt 5 Sekunden doch schon relativ lang sein sollten, da war das eigentlich nicht mehr so einfach, aber ihr könnt da auch rein theoretisch andere Werte reinschreiben, irgendwie ihr könnt da 10 Sekunden und 3 Grad, oder 2 Sekunden und 1 Grad, das kann man wirklich machen, wie man will. Was habe ich hier noch gemacht? Unten der letzte Block A, guck mal hier die Tonfrequenz für links-rechts, da habe ich das nicht gemacht, das ist so ein Von-Bis-Bereich, dass ich quasi den Bereich jetzt hier links habe, von 1000 bis 1600 Hertz, und unten von 200 bis 800 Hertz, also ist es so, dass im oberen Bereich fängt er halt bei 1000 Hertz an, und wenn ich dann immer höher oder näher rangehe, dann erhöht sich die Frequenz bis auf 1600 Hertz, und im unteren Bereich ist es so, dass der tiefe Ton bei 200 Hertz anfängt, und geht dann bis 800 Hertz hoch. Genau, aber ihr seht, da überschneidet sich auch nicht so, dass man da wirklich rein theoretisch vom Klang erahnen kann, auf welcher Seite da gerade, was ist ohne die Lichter zu sehen. Joa, noch was? Ne, der Emmett, der Emmett Brown, der hat mir so viele Informationen gegeben, für Flux 2. Ja, und hier ganz wichtig ist, im Quellcoder braucht man natürlich auch so ein paar Bibliotheken, die habe ich hier alle auch als, hier passt es, links in der Beschreibung. Genau, beziehungsweise es ist ein Link, und da sind alle Bibliotheken drin. Ich muss mal gucken, wenn das S-Dain-Hinter nicht mehr drin ist, dann habe ich es geändert. Genau, also ihr braucht hier oben die Fast-LED-Bibliothek, die VL53L1X, OneWire, Dallas Temperature und Tone. Genau, da habe ich nicht mit der Arduino-internen Ton-Bibliothek gearbeitet, sondern habe mir so eine externe genommen, die ich angenehmer fand, um die anzusteuern. Oben die Wire H, die brauchen wir nicht, die ist bei Arduino mit, die ist Inklu quasi, die gibt es für Umme. Genau, und hier ganz einfach, das habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gezeigt, das macht ihr oben über Sketch, dann Bibliothek einbinden und dann ZIP, Bibliothek hinzufügen, und dann geht ihr dann in den Ordner, wo ihr die ganzen Dinge habt, und wählt die einzelnen aus, öffnen, und dann wird das ja unten ja noch im Fenster angezeigt, dass das geklappt hat, hoffe ich, nein, außer ihr habt die schon, dann sagt ihr das natürlich auch, aber so funktioniert das Ganze. Genau, und nochmal als kleine Information, die Bibliotheken werden, oder die Bibliotheken werden halt genutzt, um komplexe, große, wilde Programmierdinger halt in einzelnen, ja, Funktionen oder Befehle irgendwie umzuwandeln, sodass man nur ein Befehl macht und im Hintergrund ist halt unendlich viel programmiert, deshalb, das macht es einfacher, das zu gestalten. So sieht das aus. So, der Nachbau, Freunde, der Schalter, der ist unten auf, wie viel haben wir? Ich weiß gar nicht, fünf Uhr, halb fünf irgendwie so, Nachbau, ja, und zum Nachbau als allererstes gibt es hier von mir für euch Animationen. Dachte ich mir so, ich weiß gar nicht, ob euch das so gefällt mit den Animationen, ich habe sie auf jeden Fall einfach mal reingenommen, weil es hilft ja doch schon immens, um das so besser sich vorzustellen, weil das Video ist ja immer in unendlich facher Geschwindigkeit. Genau, ja, als allererstes, komm, starten wir, hier, als allererstes, was habe ich zuerst gemacht? Geht es weiter? Ja, hier, genau, ich habe mir hier diese Kappe ja selber gebaut oben, kein 3D-Druck, sondern die Kappe, und das habe ich hier mit so einem, gleich sieht man es mit so einer CD-Hölle gemacht, als erstes brauchen wir die Form, da haben wir hier so ein lustiges Gebilde, das kann man wirklich so, wenn man so ein normales Kästchenpapier nimmt, und dann einfach, also sich an den Kästchen orientiert, oder an den Maßen kann man direkt so, ich habe das so extra gemacht, dass es auf die Kästchen passt, einfach so draufzeichnen, und ausschneiden, ihr seht links das Gebilde zweimal, rechts dreimal, das wird einfach ausgeschnitten, und dann legen wir es auf unsere CD-Hölle, und wir brauchen quasi, nur das Dreieck wird einmal in schwarz gemacht, das sieht man ja ganz gut, das Dreieck, das ist für den mittleren Steg, das gestalten wir dann farblich nochmal um, aber es soll halt nicht lichtdurchlässig sein, deshalb habe ich das Schwarze genommen, ihr könnt auch das Transparente nehmen, ich weiß nicht, ob da noch Platz war, ich habe es eh abgeklebt, hinterher nochmal, aber ich dachte, ich nehme das schwarz, aber ich wollte das hinterher weiß machen, weil wegen, dass das Licht halt ein bisschen besser reflektiert wird, bei dem Weißen, genau, und die anderen, die werden von dem Transparenten halt, genommen, also von dieser CD-Hölle, ich weiß nicht, kennt jemand noch von euch CDs? Wer ist unter euch, der noch CDs kennt? Oder Disketten? Freunde? Oder Kassetten? Verrückt? Ja, ich hoffe, ihr findet solche Dinger, ihr könnt natürlich auch irgendein anderes Stück Kunststoff nehmen, aber bei mir lag halt gerade eine CD-Hölle rum, und das hat halt gepasst, ihr könntet auch noch diese Formen so ein bisschen anpassen, ich habe auch erst noch, glaube ich, ein bisschen andere Formen genommen, ihr fangt halt rein theoretisch mit der linken Form an, und passt dann quasi diese Seitendinie, diese Diagonale, die quasi von unten nach oben geht, die passt hier einfach auf euer Dreieck an, und dann passt das halt, also, von daher, ihr kriegt auch, also in meinem Fall war es so, dass das immer ein gleichschenkliches Dreieck war, jede Seite war gleich lang, also ist dann auch alles 60 Grad, von daher, genau, also so habe ich das gemacht, im Endeffekt bin ich dahinter da, ich wollte das auch ein bisschen höher haben, die erste Variante, die flacher war, die war mir zu flach, aber ihr könnt da rein theoretisch machen, wie ihr das wollt, mit denen hat es auf jeden Fall funktioniert, die habe ich auch hinterher im Video genommen, aufzeichnen, ausschneiden, sägen, ja, sind wir durch mit der Animation, es gibt noch, es gibt, es gibt noch weitere, und zwar hier, zum Thema löten, als erstes, als allererstes, habe ich hier den Mikrocontroller, hier frisch gemacht, Ground, und hier unten links VIN, da kommt eine Batterie nachher dran, und, ja, 5 Volt, das war so der erste Schritt, ihr merkt, wir fangen einfach an, ne, ich habe nichts mehr zu trinken, das ärgert mich etwas, ich rede mir den Mund schon wieder fusselig, und ich weiß, was noch alles kommt, haltet bitte durch, haltet durch, das Ende ist in Sicht, die Videos sind alle nicht unendlich, alle nur endlich, so, oh, guck mal, ich weiß nicht, ob man es hört, im Hintergrund klingelt hier, die Turm, oh, die höre ich hier, ich bin ja hier gerade in meinem Hohen Schloss, ich weiß nicht, hört ihr das übrigens, akustisch gesehen, bin ich ja jetzt hier gerade nicht, also ich bin ja hier tätig für den Paranormalen Untergrund, ich bin jetzt aber gerade nicht in meinem Hauptquartier im Untergrund, sondern hier im Hohen Schloss, da ist die Akustik immer so ein bisschen anders, sehe ich das an den Wänden vom Schloss, so ist das manchmal, genau, also das dazu, machen wir weiter, was kommt jetzt, oh, da ist er, der Temperatursensor 18-Bit-20, genau, rechts, also ihr seht hier, die flache Seite zeigt gerade zu uns, rechts ist Plus, links ist Ground und dann gehen wir hier in der Mitte mit dem Grünen, haltet mich, nagelt mich jetzt nicht auf die Farben, auf die Farben fest, auf jeden Fall der Grüne geht halt aus der Mitte runter, zu unserem digitalen Pin 4 und dann müssen wir natürlich noch zwischen dem mittleren Pin und dem Plus 5 Volt hier unseren 4,7, Kiloohm Widerstand dazwischen löten und damit das Ganze hinterher so aussieht, wie man es hier sieht, also wie gesagt, jetzt nagelt mich jetzt hier nicht auf die Farben fest, ich habe jetzt hier einfach nur, ja so Plus, klar ist Rot, Grün ist, na Grün, Blau ist Ground, das habe ich auch so hinterher gemacht, aber die Datenleitungen, die sind halt im Video anders, genau, ja, das war es, also bis hierhin würde ich sagen, ist schon mal einfach, oder? Es sind solche einfachen kleinen Puzzlestücke, die wir hinterher einfach nur zusammen puzzeln, genau, so, was kommt jetzt? Oh, da ist er, der Drehpetelo, in der Mitte, ach, in der Mitte, oben der Schaltkontakt, diese beiden einzelnen Pinne, unten 3 ist unser Widerstand und ja, Rot ist hier Plus bei dem Widerstand, links ist der Ground, in der Mitte, der geht zum A0 und oben rechts, da könnt ihr links oder rechts nehmen, ist Wurst, der eine kommt von der Batterie und der andere geht zu unserem VIN am Mikrocontroller, ist relativ einfach, oder? Also diese kleinen Puzzleteile sind echt einfach zu bewerkstelligen, könnt ihr einzeln für euch, oder einzeln für sich könnt ihr die bearbeiten und dann hinterher, wie gesagt, aus den vielen kleinen, eine große Sache machen. Joa. Soweit, so gut. Oh, hier, jetzt wird es noch einfacher. WS28 12B, kennt ihr, wie gesagt, vom Shadow Tracker. Steht auch auf dem, auf der LED dran, oben ist Plus, unten Ground, in der Mitte ist unsere Datenleitung, da gehen wir mal von diesem DIN, da gehen wir drauf und dann von dem DOUT, gehen wir wieder zum nächsten DIN. Wer auf jeden Fall den Shadow Tracker nachgebaut hat, der hat das auf jeden Fall zu Genüge gemacht und der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Ja, und hier ist unser Pin der Wahl auf unserem Mikrocontroller, die Nr. 12. Genau, einfach nur von links nach rechts hier, in der Mitte natürlich nicht brücken, beziehungsweise am Plus ist es eigentlich, wo ist, wie das macht, nur halt der Datenpin, der soll halt da nicht gebrückt werden, weil das wäre nicht so schön. Denn wir, 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 wir steuern. Wir sprechen die Dinger natürlich, in Reihe an, und deshalb, genau, da eine Brücke machen, das geht nicht. So, richtig einfach, oder? Richtig, richtig einfach. Und ich glaube, es wird jetzt noch einfacher. Was kommt als nächstes? Unser Buzzer, der heißt übrigens, das stand auch vorhin, der YL-44, darunter findet ihr den, der hat auch irgendwie im Internet andere Namen, glaube ich, da habe ich den auch schon mal irgendwie so gefunden. Ich glaube mal, selbst hier auf der Platin, da steht was anderes drauf, irgendwas mit, äh, was ist denn das? HM? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Ja, und ich habe euch das ja versprochen, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Hier ist es noch einfacher. VCC, da kommt unser Plus 5 Volt drauf, GND, Ground, kommt unser Ground drauf, und in der Mitte, I-O, oder ist das eine Römisch 1 und Schrägstrich 0, da kommt unser, unser Daten-Pin drauf, quasi das Signal, und der Pin unserer Wahl ist die 5. Ja, so sieht es aus. Aber jetzt, ja, jetzt, äh, jetzt wird es ein bisschen wilder. Und zwar, was fehlt jetzt noch? Ja, unser, unser, äh, Entfernungssensor, links, rechts, das ist hier wichtig für diesen X-Shut, genau, so heißt er, hier sieht man es auch in groß. Ja, VCC, immer die 5 Volt kommen da drauf, Ground, genau, Ground, also Minus, und dann jetzt als nächstes kommt hier unsere I²C Busleitung, SCL wird natürlich jetzt hier zusammengetüttelt, ganz wichtig, die kann man einfach so zusammentütteln, und das geht jetzt hier auf A5, das ist jetzt bei dem Mikrocontroller, jetzt in dem Fall auf jeden Fall immer so, bei den meisten Arduinos ist das dann so, und der SDA, der geht auf A4, wird hier auch ganz klassisch wieder zusammengetüttelt, ne, wie bei dem gelben auch, also die kann man schon zusammentütteln, und jetzt hier, deshalb ist es ganz wichtig bei dem X-Shut, dass ihr bei dem linken die 7 nehmt, und bei dem rechten die 8, das könnt ihr euch auch nochmal auf den Plan angucken, dass das auch so gemacht, damit man einfach den richtigen deaktiviert beim Messen, und aktiviert halt, ne, deshalb links, rechts steht ja alles, hier übrigens, das sieht man ja auch, hier steht natürlich auf diesem, also es ist dieser VL53L1X, aber je nachdem, da gibt es verschiedene Varianten von, die sehen halt, wenn ihr bei AliExpress guckt oder so, sehen die auch ein bisschen anders aus, deshalb aber das ist ja nur eine andere Grafik, oder ein anderes Bild, ein anderes Modell, so, ja, war ein bisschen wilder, muss ich sagen, oder? Genau, und jetzt wird es nochmal ein bisschen entspannter, jetzt bringen wir so ein bisschen, Spannung zusammen, und zwar nehmen wir unseren V3, unseren Poti mit Schalter, eine Batterie, den 9 Volt Clip, und dann verbinden wir das alles so ein bisschen, hier die Pins, sind ja schon mit Plus bestückt, und der Nano V3 mit Plus und Ground, und dann geben wir einfach von unserem 9 Volt Clip, mit der Plus auf den Poti, auf diesen Schaltkontakt, und dann von der anderen Seite auf den VIN, auf den Mikrocontroller, und ja, Ground halt, wird direkt verbunden, und wir aktivieren dann quasi, ähm, unseren Mikrocontroller, über diesen Schaltkontakt, von dem Poti, eine richtig einfache Geschichte, oder? Super gut, ja, und das war's, in, Punkto, äh, Vorbereitung zum Bauen, ich wollte gerade schon sagen, zum Bau, also rein theoretisch, ich weiß gar nicht, vielleicht kann man das jetzt auch, abkürzigen lassen, braucht ihr das lange Bauvideo mal, ich mach's ja immer extra gerne, ihr müsst es mal ganz kurz umschalten, bisschen klicken, bisschen klicken, und zwar, kommt jetzt hier, das Bauvideo, oha, ich bin schon, lange zu Gange, aber da müssen wir jetzt durch, über 30 Minuten, Party Spaß, inklusive Test, und ich würde sagen, nützt ja nichts, ihr wollt ja auch wissen, wie ich das Ganze gemacht habe, ihr könnt natürlich auch so, äh, das Ganze, auslassen, aber, ach, was erzähle ich, komm, ich drücke jetzt hier auf das Dreieck, und wir starten, jetzt, los geht's, ja, und als allererstes geht direkt los hier, ihr seht hier oben mein, mein lustiges Papierding, was ich da gebaut habe, und die CD-Hülle, ja, so sieht eine CD-Hülle aus, und als allererstes ist es natürlich so, fürs Anzeichnen, dass ihr, also, muss man nicht, kann man machen, ich mach das mal ganz gerne hier, mit diesem Malerkreppding, Malerkrepp, Malerkreppding, ähm, diese transparente Seite jetzt hier, abklebt, und hier hab ich mir das Ganze nochmal aufgezeichnet, und dann wollte ich das jetzt, auf das Malerkrepp übernehmen, und dann hab ich mir, ah, da hab ich direkt die falsche Seite abgeklebt, weil, ich hätte es auch andersrum machen können, aber das bog sich halt so durch, weil links und rechts diese Kanten sind, von der CD-Hülle, und dann hab ich die innere Seite nochmal abgeklebt, und, ha, das war mir so ein bisschen zu dunkel, dann hab ich die vordere Seite wieder abgemacht, schlecht vorbereitet, das zieht sich hier durch, ich sag's euch, es zieht sich durch, so, ja, und dann sieht man es ganz gut, und dann hab ich jetzt hier einfach die Punkte da abgezeichnet, und, wie wir mal nach Zahlen verbinden, ach, und jetzt, total geil, das Dreieckrechts direkt nichts geworden, direkt schief, aber zum Glück ist es mir aufgefallen, da hab ich an dem Punkt geschickt vorbeigezeichnet, genau, ja, so sieht das Ganze aus, und das müssen wir jetzt hier in dem Falle nochmal machen, weil wir brauchen uns halt, äh, ja, jeden davon zweimal, und den, äh, das Dreieck brauchen wir dreimal, nehmen wir gleich die schwarze Geschichte, aber jetzt gucken wir uns gleich mal in Ruhe nochmal an, genau, wow, das ging ja fix, richtig, richtig flink, du, wie Lucky Luke, nur an der Säge hier, er sägt schneller als ein Schatten, genau, und es macht auch übrigens nicht, dass die Dinger irgendwie verkratzt sind oder so, weil, das wollen wir nämlich auch, ich hab jetzt hier, äh, Schmirgelpapier genommen, denn ich habe, ich hab erst im Internet geguckt, wie man, äh, Kunststoff Milch bekommt, und ich hab das erst mit Nagellackentferner ausprobiert, aber bei diesem Kunststoff von der CD-Hülle, hilf, hilf, half es nichts, und ich hab aber was von Essig gelesen, aber ich hab's, ich hatte kein Essig da, ärgerlich, misslich, deshalb hab ich das dann hier mit Schmirgelpapier genommen, und, äh, beide Seiten, so lange schmirgeln, bis man da, bis es halt extrem milchig ist, oder ihr nehmt halt direkt was Milchiges, denn dadurch ist es auf jeden Fall so, dass an dieser, äh, rauen Oberfläche, das Licht, ja, das wird ja, das wird ja dann irgendwie mehrfach gebrochen, und das, ne, weil diese ganzen feinen Kratzer, dadurch kommt das Licht nicht mehr direkt durch, und dadurch, ähm, wird das Ganze, dieser, dieser ganze, äh, Aufbau wird dann beleuchtet, das ist richtig, richtig gut, deshalb, also ihr müsst das auf jeden Fall, ähm, anrauen, so viel es geht, so gut es geht, beide Seiten, und hier habe ich schon gemerkt, beim Zusammenbauen, bei meinem Häuserdach, da passt sowas nicht, kann man nochmal nachfeilen, kein Problem, kann man ja super feilen, und dann einfach jetzt hier, äh, Sekundenkleber, ist auch ein guter Freund geworden, einfach so, das mit Kreppband hier auch so, die Form zusammenkleben, und dann, wie gesagt, hier mit Sekundenkleber, genau, also wie gesagt, ihr könnt das mal, äh, ausprobieren, und ihr könnt das vielleicht mal reinschreiben, ob es mit Essig ging, äh, das hat mich ein bisschen geärgert, ich wollte auch jetzt nicht extra Essig dafür kaufen, deshalb, einfach schmirgeln, so viel es geht, weiß nicht, wer wahrscheinlich einen Kanarienvogel zu Hause hat, da kann man wahrscheinlich auch diese, diese Sandpapier vom Boden nehmen, genau, aber Essig, äh, Essig, 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 Essig nicht, äh, ich zeig das nochmal, wie gut der Unterschied ist zwischen, äh, mit und ohne diesem Kegel drauf, das ist richtig, richtig gut, und viel hilft, also ihr könnt da schmirgeln, bis der Arzt kommt, das ist richtig, richtig gut, oh, ich glaub, das zeig ich jetzt sogar, da hab ich direkt hier mal so eine blaue LED genommen, mit Vorwiderstand bitte, und neuen Voltblock, und dann jetzt hier, ihr seht, das ist schon, ähm, vom Licht her, richtig, richtig gut, so, hier ohne, mit, ohne, mit, ohne, mit, ohne, mit, mit, ohne, ohne, solche Sache, dass das Licht halt, ähm, viel voluminöser wird, genau, und um die beiden Seiten, weil wir haben ja nachher zwei LEDs drin, halt für rot und blau, ne, blau auch, aber rot und grün, und blau und gelb, ähm, wobei blau und gelb gleichzeitig kommt, naja, äh, um die beiden Seiten besser irgendwie abgrenzen zu können, farblich, dass da kein Mischmasch in der Mitte passiert, deshalb machen wir diesen Trennstick rein, und hier, hab ich ja gerade gesagt, das hab ich jetzt hier, äh, einfach nochmal in weiß abgeklebt, damit halt das Licht, ich hab das nicht ausprobiert, wie viel Licht mit dem Schwarzen reflektiert wird, aber ich dachte mir halt einfach so, ähm, das wird wahrscheinlich besser sein, wenn ich das weiß mache, ihr könntet da auch wahrscheinlich so einen feinen Spiegel reinmachen, oh ha, für die ganz wilden unter euch, aber wie gesagt, den Trennstick, den sollte man auf jeden Fall reinmachen, das sieht man ja auch, oder das zeig ich auch gleich nochmal, das merkt man, das ist richtig, richtig gut, und das Original wird das mit Sicherheit auch haben, also hat es, ja, ne, weil sonst ist die, kann man es halt einfach so nicht so ein bisschen schöner so trennen, ne, links, rechts, rechts, ihr kennt das Spiel, genau, einfach auch wieder mit Sekundenkleber reinkleben, wenn es unten übersteht, das habe ich auch gemacht, noch ein bisschen abfeilen, ja, da kann man feilen, wie man möchte, so viel man will, oh, jetzt hier, oh, mit Ton, oh, muss man ein bisschen weggehen hier, und hier, damit man das nicht hört, das habe ich nicht so vorbereitet, aber man sieht jetzt hier auch, und man hört auch ganz gut, wie das vom Ton her ist, mit diesen Impulsen, die da so kommen, und jetzt hier im Dunkeln, oh, da sieht man auch den Standby quasi, dieses, dieses, ja, und da sieht man es ideal, mit dieser, mit diesem Abstand, mit dieser, mit dem Trennsteg da drin, ideal, also ist das schon, also ganz ehrlich, oder, da müssen wir doch einfach mal sagen, hervorragend, das ist doch, wie, gekauft, ah, jetzt gerade versuche ich hier mit, Druckluft, das ganze Ding mal, äh, abzukühlen, und es ist schon relativ schwer, bei so 2 Grad in 5 Sekunden, gerade blau, habt ihr ja schon gemerkt, die Farbe habe ich angepasst, blau war kälter, und jetzt, müsst ihr nochmal, ja, und hier, äh, gelb ist, äh, wurde wärmer, und ich habe das dann so gemacht, dass in, in der Zeit, wenn man den, ähm, die Zone wechselt, dass dann halt kein Alarm kommen kann, oh ja, ich, äh, ich hoffe, ihr merkt das jetzt auch, das ist natürlich hier in einer, in einem Affenzahn jetzt hier wieder, ne, 5 bis 8 bis, eine Millionfach, dass das Video auch irgendwie, so schnell wie möglich irgendwie, durch ist, wer es langsamer haben will, bei YouTube kann man ja glücklicherweise auch langsamer machen, genau, und so sehen die ganzen Bauteile aus, jetzt hier, schön mit, mit Brille, der Laserentfernungsminister mit Brille, genau, hier, da hört man es, klick, 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 ähm, den, äh, das Potentiometer mit dem Schaltkontakt, und hier rechts der normale passive Buzzer, links der passive Buzzer, aber verstärkt, genau, der Temperatursensor, alles mal jetzt hier in live und mit Farbe, in bunt und alles, und hier, den, Nano V3-Klon, klont, ja, hier genau, frisch ausgepackt, dass ihr seht, die Dinger sind wirklich 1 zu 1, sehr interessant ist übrigens, dass der, dass der Mikrocontroller, der da drauf ist, da haben die oben frecherweise die Beschriftung, verschwinden lassen, sehr interessant, oder? Fand ich lustig, ist vielleicht genau der gleiche, man weiß es nicht, aber die haben da auf jeden Fall die Beschriftung, da ist keine Beschriftung drauf, das ist mal sehr verdächtig, wenn was, wenn solche Geräte aus China kommen, und dann ist die Beschriftung irgendwie zu viel gehäuse weggeätzt, oder wegge, wegge, ähm, gefeilt, genau, ja, und das war eigentlich die Vorbereitung bis hier, muss ich sagen, also diesen, die Kappe oben, finde ich, die ist schon relativ, relativ stark geworden, oder? Ohne 3D-Druck irgendwie, braucht man alles nicht, 3D-Druck brauchen wir nicht, wir kleben einfach alles zusammen, ja, hier, unser G02B, und da ist ganz wichtig, dass ihr guckt natürlich, bis wohin das Batteriefach geht, deshalb habe ich das gerade einmal aufgemacht, nicht um euch zu zeigen, dass da ein Batteriefach drin ist, nein, sondern um zu gucken, wo der Steg ist, dass wir wissen, bis wohin wir quasi die Oberseite bearbeiten können, genau, wow, schon richtig lange dran hier, die Turmohr, ich weiß nicht, ob man es hört, die ist hinten schon wieder richtig am Ackern, genau, und die als allererstes hier mal kurz einzeichnen, wo unsere Kappe hinkommt, und dann diese einzelnen Fächer quasi, die, die Diagonalen da einzeichnen, so wissen wir dann quasi, wo unsere L-Idee gleich in die Mitte reinkommt, ganz einfache Geschichte, um hier die Mitte herauszufinden, gehen, oh, ich kann das jetzt so, sage ich so, mit Bleistift wieder, ich kann es so schlecht erkennen, aber ist das 8 Millimeter oder was, 9 Millimeter, ja, hier unten, Puti, kann man auch so ungefähr so gucken, wo das da so hinkommt, 7, die 7, Lucky 7, ich glaube gerade war es eine 9, oben, ja, und hier für den Temperatursensor, da kann man natürlich auch gucken, wie man es macht, man könnte den auch irgendwie anders da dran machen, könnte auch ein rundes Loch reinbohren, reinstecken, reinkleben, ich habe einfach jetzt hier die kleinen Pins davon, da habe ich mir jetzt in dem Fall hier drei Löcher reingebohrt, ich weiß gar nicht, was war das 1 Millimeter, 1,5 Millimeter, irgendwie so, das habe ich dann so gemacht, kann man wie gesagt machen, wie man möchte, Ah genau, hier die Kappe, genau, für die Seite, da muss man ein bisschen gucken, ich glaube, das habe ich genommen, 5 mal 10 oder was, da kann man natürlich auch gleich so ein bisschen großzügig machen, ich habe das so ein bisschen ungroßzügig, da habe ich echt, ne, da habe ich echt gerade so ein bisschen zu klein, oder zu genau das angezeichnet, da muss ich hinterher, ich wollte das erst raus sägen, das zeige ich auch gleich an, aber ich habe das hinterher, da habe ich das Cuttermesser genommen, da rechts, man sieht es auch leicht, mit Orange, das habe ich einfach nur vorne die Klinge mega heiß gemacht, und dann habe ich das raus geschnitten, also raus sägen, hier mit dieser, mit dieser, Säge da, mit dieser Bügelsäge, mit dieser, was ist das, die Kopiersäge ist ja nicht mit dieser, ja, ihr wisst, was ich meine, das hat auf jeden Fall nicht geklappt, deshalb habe ich das hinterher, mit der heißen Klinge da raus geschnitten, als erstes hier schön vorbohren, oh, 8 habe ich gerade gesehen, oder war es eine 8? Genau, vorbohren ist natürlich immer einfacher, dann groß hinterher, großzügig, die drei, drei Schweinchen, drei kleinen Löcher, da rein, ja, ist so ein bisschen schicker, ich meine, das ist alles so ein bisschen, nur schicker, schicker, schicker machen, ne, das ist ja nicht irgendwie die Späne, da auf, ach, da habe ich es gerade angezeigt, dass ich das mit der Säge da raus machen wollte, ja, hat aber nicht so gut geklappt, deshalb hier die Information, nimmt dann ein Messer, macht die Klinge mega heiß, und schneidet das dann einfach da raus, und ich meine, wenn es hinterher für euch ist, ich verkaufe die Sachen ja auch eh nicht, von daher ist es ja auch egal, wenn es nicht so schön ist, und wenn dann irgendwas zu groß ausgeschnitten ist, dann klebt es halt wieder zu, macht da irgendwie, weiß ich, schwarze Heißkleber rein, oder sowas, ist eigentlich Wurst, wenn es wirklich um die Funktionalität geht, deshalb, ja, hier die feinen NDDs, die passen auch super gut durch das Loch, dass die ja so ein bisschen rausgeguckt haben, da sind ja auch so ein paar SMD-Bauteile noch oben drauf, dass die halt bei diesem Loch da irgendwie nicht da irgendwie weh sind, das hat alles gut geklappt, hier auch nochmal den Rest, den Rest ein bisschen schöner da schneiden, wie gesagt, also kann ruhig großzügig werden, ich bin da manchmal immer so ein bisschen zu ungroßzügig, wie gesagt, ist ein bisschen blöd, weil man dann am Ende halt viel mehr irgendwie Pfeil- und Schnitzarbeit noch hat. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ja, ich habe jetzt hier als allererstes, habe ich die ganzen Bauteile direkt schon mal reingebaut, und habe die nicht draußen erst festgelötet, sondern wie gesagt, direkt festgemacht. Und, Freunde, haltet euch fest, zu Anfang kommt erstmal keine Heißklebe. Wow. Deshalb, ihr könnt das jetzt hier für die Heißklebe nicht so sehr lieben. Da müsst ihr nachher einfach nur stark sein, ganz lange weggucken, aber jetzt, jetzt ist mein Freund jetzt hier eher der Sekundenkleber. Der unschuldige Sekundenkleber. Genau. Und da auch, da würde ich auch nochmal gucken, die Kappe nochmal, also die Kappe wird ja immer separat geliefert, aber bevor ihr die drauf macht da, oder bevor ihr das Ding hinterher verklebt, da würde ich schon nochmal gucken, ob da nichts drin ist. Ich weiß gar nicht, bei mir war auf einer Seite was drin, deshalb da würde ich auf jeden Fall gucken, hier wahrscheinlich, da war irgendwie ein bisschen, da hat sich was drin verirrt. Deshalb, also gerade da würde ich nochmal vorher gucken, bevor das da für alle Ewigkeiten drin versenkt. Und hier Heißkleber, Sekundenkleber. Verrückt, oder? Mit Sekundenkleber geht das auch. Habt ihr das mal irgendwo gesehen, in Videos mehr so aus Indien, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da wird irgendwie alles grundsätzlich mit Sekundenkleber gerne mal gemacht, bei irgendwelchen Nachbauvideos. Und da bin ich irgendwann auch mal drauf gekommen, dass man auch mal vieles mit Sekundenkleber zusammen tütteln kann. Und hier übrigens, da solltet ihr auf jeden Fall bei den Laser-Abstandssensoren die Kontakte, die ihr da dran gelötet habt, quasi was übersteht, so gut es geht halt wegfeilen, dass man das Ding ordentlich da reinkleben kann. Das auf jeden Fall als Hinweis, alles was übersteht, was zu den Pins gehört, nicht irgendwelche anderen Bauteile, da kann man das Ganze fein säuberlich flacher feilen. Genau. Hier einmal genau gucken, wie das am besten macht. Hier habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, die flache Seite nach oben gemacht. Oder? Ich denke schon. Und auch wieder mit Sekundenkleber. Verrückt, oder? Sekundenkleber. Ja, und hier bei dem Buzzer, da habe ich noch abgewartet, den wollte ich jetzt noch nicht reinmachen. Da wollte ich erstmal so den ganzen Partyspaß da zusammen machen und dann am Ende einfach mal gucken, wo Platz ist. Man weiß das ja immer nicht. Man will sich da auch am Anfang nicht irgendwie die Karten legen, wenn man da schon zu konkret alles zupflastert. Ja, und jetzt hier die Variante mit 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 Lochraster, Platine. Wie gesagt, fand ich irgendwie schöner. Und hier, oh, das habe ich hinterher. Zum Glück hat das nur gepasst. Dadurch, dass halt durch diese Buchsenpins wird das Ganze eh noch höher. Und da bin ich eigentlich, ich habe ja recht, sieht man das bei dem Mikrokontroller, da habe ich schon so ein paar Pins drauf gelötet, drauf gepackt. Und die sind nachher zu hoch, die musste ich wieder wegschneiden, weil ich da oben quasi an die Pins von dem von dem Laserentfernungsmesser da reingekommen bin. Oha, da hätte ich noch Glück gehabt. Ja, und jetzt hier die Buchsenpins einfach hier so abschneiden, weil ich habe natürlich nicht alle belegt, weil das ist ja auch eigentlich Quatsch. Kann man natürlich machen, aber habe ich nicht. Ich habe nur die draufgeklebt, draufgelötet, die auch wirklich benutzt werden. Und das sind halt, wie wir vorhin schon beim Plan gesehen haben, nicht so wirklich viele. Ja. Und kann natürlich auch wie jetzt hier nicht schaden, den Plan daneben liegen zu haben. Ausgedruckt. Oder digital. Egal. Ja, und jetzt hier habe ich die Dinger erst festgeklebt und habe dann hinterher erst oder jetzt, ne, den Mikrokontroller Mikrokontroller da drauf gemacht, dass die auch gerade sind. Rein theoretisch musste man die nicht erst festkleben und den Mikrokontroller drauf, sondern man kann den Mikrokontroller drauf machen und dann den Mikrokontroller nur festkleben. Das ist auch immer wichtig, dass man die, äh, halt wirklich gerade hat und dass die nicht wieder rausfallen. Deshalb festkleben und durch den Mikrokontroller werden die halt, äh, ja, gerade gemacht, ne. Schick. Und hier auch wieder, wenn es so offen ist, also bei den Dinger, die sind zwar extra zum Abbrechen gewesen, jetzt hier die, die Buchsendinger, aber, ähm, da guckt halt hier und da schon noch gerne mal, äh, der blanke Pin raus und dass sich da nichts löst oder verdreht oder was, ja, guck, guck, deshalb wird da immer ganz gerne was, oder ich, ich mache das immer ganz gerne nochmal mit Sekundenkleber. Genau, hier so ein bisschen was anzeichnen noch, dass man so auch weiß, worum der Controller da reinen muss. Deshalb habe ich mir da irgendwie diesen USB-Einschluss angezeichnet und, äh, genau, angezeichnet, wo Plus und Minus schon mal hinkommt. Ja, und jetzt hier wird wild mit der, mit der Litze jetzt hier verdrahtet. Das ist natürlich wirklich, ähm, ja, das ist so eigentlich das Langwierigste und das, was am, am längsten auffällt, ne, dieses, äh, vertüttelnda, verdrahten, festlöten. Genau, aber, gehört auch dazu, dafür können wir mega, mega viel Geld sparen. Also, wenn wir vorhin gesehen haben, 200 US-Dollar plus Versand, plus, äh, Einfuhr, Zoll, Gebühren, schieß mich tot. Ja, wenn wir das Ding uns selber bauen, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mal durchgerechnet, ähm, was haben wir denn? 20 Euro die Sensoren, sagen wir 10 Euro der Controller, sind wir bei 30. Was haben wir noch? Sagen wir, wenn wir uns diese, naja, sagen wir, wir holen uns diese 10 LEDs für, was ist das? 3,50 Euro oder was? 4 Euro. Sagen wir mit 5, dann sind wir bei 35, dann Poti, 37, mit Buzzer 40, der Temperatursensor, was ist das? Mit Widerstand, sagen wir mal 45 Euro, habe ich das vergessen alles? 45 Euro. Ich sag mal, komm, mit allem zusammen 50 Euro. Gehäuse, ach stimmt, das Gehäuse, äh, Batterieclip, ja, 50 Euro. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ist der Umrechnungskurs zum US-Dollar, ich habe es jetzt mal nicht dazu geschrieben. Ähm, wenn es 1 zu 1 wäre, ich meine, dann ist es zum, zum Viertel des Preises und wenn es ein Drittel wäre, gehen wir jetzt mal von aus, dass das irgendwie, äh, ein Drittel ist dann, was ist das, 66 Euro oder was, ähm, also ich, das ist ja geschenkt, ne, also für 66, 70 Euro, es wird immer mehr, merkt ihr das? Wird immer mehr. Ähm, es ist auf jeden Fall deutlich günstiger nachzubauen und, äh, da nimmt man halt schon so ein bisschen Arbeit hier mal in Kauf, ne. Genau, und jetzt als allererstes hier, oder nicht als allererstes, aber jetzt hier, ähm, habe ich den Widerstand zwischen Plus und Mitte, da reingelötet und da musste ich immer hin und her gucken, weil wegen Spiegel verkehrt und oben, unten und wo ist denn jetzt links und wo ist jetzt hier Plus und, ne, ich glaube, da müsst ihr schon gucken, dass ihr das Ding zwischen Plus und Datenpin macht. Ah, okay, hier ist jetzt der Datenpin quasi rechts, links ist Ground, da würde ich auf jeden Fall schauen, also bei Plus und Minus ist es natürlich ganz gut, ähm, da, äh, mit den richtigen Farben zu arbeiten, ne. Ich meine, man kann da nehmen, was man will, das ist halt nur ganz gut, wenn man das nicht in einem Stück durchmacht und, äh, da nicht durcheinander kommen möchte. Oh, warte mal, habe ich nicht sogar auch für den Grün genommen bei Animation? Oha, oha, das hätte ja sogar gepasst, sowas mache ich jetzt. Äh, ah, genau, ich zeige hier einmal ganz kurz, dass man, ähm, dass der Kontakt, dieser Schaltkontakt da auch funktioniert. Und da kommt jetzt Plus und Plus drauf, Batterie und zum VIN. Ihr seht, man kann wirklich diese einzelnen, ähm, Puzzleteile da super, äh, hinterher vereinen und einzeln bearbeiten. Hier hätte ich natürlich, hier, ist natürlich jetzt blöd, mit den, mit den Adern da oben drüber. Da, ähm, ist es wahrscheinlich besser, wenn ihr erst diese, 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 ähm, unteren Dinger da dran macht, also für den Widerstand. Genau, also die Mitte ist auf jeden Fall klar. Mitte geht zum A0 und dann, wie gesagt, müsst ihr gucken, wo, wo was hier, wo links und rechts ankommt. Ich habe das extra hier einmal gezeigt, weil ich das für mich einfach prüfen wollte, warum ich das jetzt, äh, warum ich das jetzt, äh, anschließen muss. Und ich habe es doch falsch gemacht und dann musste ich ja nachher nach den Quellcode ändern. Hm, Mist, ich habe mir das so lange irgendwie angeguckt und deshalb habe ich gerade das mit den Messen gemacht, weil ich das irgendwie richtig machen wollte. Ja, war falsch. Aber wenn ihr das jetzt so macht, wenn man oben drauf guckt und links ist Plus und rechts ist Ground, dann könnt ihr das so nehmen wie im Quellcode. Denn der Quellcode wurde auf, auf dieses Bauwerk quasi angepasst. Genau. So, was kommt jetzt? Aha, okay. schön die einzelnen Adern wieder vorbereiten. Ah, guck mal, die LEDs. Hier nochmal ganz kurz ein bisschen angezeichnet, dass ihr auch wisst, wo es losgeht. Links geht es los auf den digitalen Eingang. Also das ist eigentlich das Wichtige, dass ihr erst auf den digitalen Eingang geht und dann auf den digitalen Ausgang. Und jetzt in dem Falle ist es dann auch so, dass, ähm, oh, da muss ich mal ganz los überlegen. Aber ich habe es ja wie gerade darauf angepasst. Also da, wenn ihr das so macht, wie ich das hier zeige, dann passt das halt mit dem Quellcode zusammen. Ich wollte es jetzt, oder ich habe gerade überlegt, bestimmt habe ich das, vielleicht habe ich das auch angepasst. Wegen, wo halt die erste LED ist, wo die zweite LED ist, in Bezug auf, ähm, ja doch, 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 ja, das muss sich nachher anpassen. Weil hier, wenn man sich das so anguckt, ist natürlich von hier aus gesehen links die erste LED, aber wenn ich das Ganze natürlich umdrehe, ist ja links rechts und deshalb muss ich das hinterher im Quellcode auch nochmal anpassen. Deshalb, wenn ihr das so lötet, dass jetzt quasi hier links eure erste LED ist, die natürlich, wenn man es umdreht, dann die rechte LED ist, dann passt der Quellcode auf jeden Fall. Genau. Ist halt immer so, ne, links rechts oben unten. Ja, und ihr seht hier auch, ne, einfache Geschichte, plus minus, in der Mitte, da, Ding. Und wir haben glücklicherweise nur zwei von den ganzen LEDs. Von daher, es ist ein Segen. Wer den Shadow Tracker auch mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ja, und jetzt hier, äh, der feine Buzzer. Ja, und wie gesagt, da gucken wir uns den Herr an, wo der reinkommt. Der kommt halt dahin, wo Platz ist. Hab ich schon gesagt, dass ich mich ärgere, dass ich kein Trinken mehr hab. Ich will auch keine Pause hier machen. Will ich nicht. Wir ziehen das jetzt hier durch. Oh, hier, genau. Da hab ich mir für den Sensor, ihr habt es kurz gesehen, da hab ich mir ein Foto gemacht, weil die, ähm, Bezeichnung, die guckt natürlich zu unserem Gehäuse, ja. Und da seh ich's ja natürlich nicht, ne, ist, man muss natürlich wissen, wo es hier losgeht, wo Plus, wo Minus ist, wo Iq10 kommt und wo dieser, äh, Shut, X-Shut, oder wie das Ding hieß, der, der optionale Aktivier-Deaktivier-Pin ist. Wäre misslich, wenn man's falsch rummacht. Deshalb hab ich mir im Vorfeld ein Foto gemacht, da hab ich mal mitgedacht. Ja, und jetzt hier, da hab ich Plus und Minus, hab ich mal mit starrer Leitung gemacht und, ah, also wenn man das auf solche Pins da drauf macht, ist die starre Leitung echt, echt übel. Also kann ich eigentlich nicht empfehlen. Ich würde das alles am besten mit, ähm, mit flexibler Leitung machen. Ich wollte das, glaub ich, komplett da mit starrer Leitung machen, aber weil das mit dem Plus und mit dem Minus schon so ein Akt war, aber es hält halt so auf den Pins überhaupt nicht, wegen dem Lötzinn. Also es hält schon, aber es hält halt irgendwie, ah, deshalb, ich würde da auf jeden Fall, weil wir so viele Pins haben, würde ich da auf jeden Fall mit, mit, äh, dieser flexiblen, äh, Lid zu arbeiten. Genau. Ja, hier, ich glaub, da hab ich, ja, passt sogar, gelb und grün, gleich für, i-Quadrat c, das ist auch farblich richtig geworden. so, was kann ich noch interessantes hierzu erzählen? Hm, ich muss mal überlegen, ich will euch ja hier nicht so alleine hier beim Bau lassen, ich muss das Ganze ja begleiten. Betreutes bauen, mit Tim Timsen, herzlich willkommen. also ich muss sagen, also ich muss sagen, dass, als ich das da gemacht hab, ich find das ja immer so ein bisschen schwierig, wenn's dann von den, ihr seht ja, wie viele Kabel da schon rumhängen, ne? Ich mein, das war ja bei der, bei der, ähm, bei der, ähm, bei der Polter-Tune, war das ja auch so viel auf einmal, ne? Also, so eine Multi-Polter-Tune-Variante mit den drei Sensoren, die da am Deckel waren, in diesem Sarg, also waren ja noch mehr Kabel, ne? Und irgendwie, also da war es wirklich viel und hier dachte ich mir auch so, oha, das ist schon wieder so viel und das sieht dann auch nochmal extra viel aus, wenn man die ganzen, äh, Adern so lang lässt, aber, oh, weggucken an alle, die Heißkleber überhaupt nicht mögen, jetzt weggucken, bitte, ich hab's da zu spät gesagt, aber guckt jetzt weg, ich hatte da sogar noch, äh, schwarze Heißkleber im Colt, weil ich ja zuletzt die, die Kinect mal repariert habe und, äh, ja, Gehäuse war schwarz und da hab ich das dann auch einfach mal mit schwarzer Heißkleber gemacht und im Original, das war ja von diesem mehr oder weniger unseriösen, seriösen Shop, natürlich seriös, aus England, der also so viel Heißkleber, Freunde da ist, die haben so viel Heißkleber genommen bei dem Spannungswanderer, der ist, der ist den Hitzetod gestorben, der wusste nie wohl mit der Hitze, weil die, wie gesagt, die haben so viel Heißkleber da reingemacht, dass es halt hält und, ach, das war so schrecklich, das Ding von innen, ne, also, dass man dafür Geld nehmen kann und das Ende vom Lied war sowieso, dass irgendwie die, das Kinect-Modul auch noch einen weg hatte, naja, deshalb hatte ich auf jeden Fall noch schwarze Heißkleber drin, naja, auf jeden Fall, zurück zum eigentlichen Thema, das mit den, viele, viele Adern und, äh, so lange, das sieht immer nach so viel Arbeit aus, aber hier war es wirklich, also es war gar nicht so viel, das Ding ist echt einfach gut nachzubauen, das kann man einfach mal so weglöten, genau, und hier, äh, einfach die Dinger zusammentütteln, da habe ich auch hinterher, äh, ich habe mir auch gedacht, ich mache das auch, oh, ich sehe, ich gucke gerade hier aus meinem, aus meinem hohen Schlossturm raus und ich sehe gerade, es hat geregnet, oder es regnet, wie ist denn bei euch gerade so das Wetter, hm, interessant, also hier scheint es geregnet zu haben, verrückt, ja, die, die Turmfenster, die sind auch, ah, das ist echt, echt misslich hier bei den Turmfenstern, aber wer im, im hohen Turm halt sitzt, der, muss halt mit den Risiken klarkommen, auf jeden Fall, ich habe jetzt hier, äh, einfach nur die Dinger, ganz locker da zusammengetüttelt, die einzelnen Adern, ja, und dann werden die natürlich noch länger, ne, man lässt ja auf beiden Seiten immer so viel, ah, verschwenderisch, naja, äh, ich wollte da aber die Dinger nicht wieder kurz schneiden und mir dann hinterher da irgendwas zusammenfrickeln, beim nächsten Bau, nee, 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 jetzt habe ich das alles so lang gelassen und passt, ähm, ja, ich habe die einfach dann, äh, schön zusammengetüttelt, zusammengelötet und das mal ohne Schrumpfschlauch gemacht, weil muss ja auch nicht immer sein, ne, also die Heißklebe, die Heißklebe, die, die Platine ist natürlich auch schon immer, ähm, so eine optionale Sache, aber ist halt manchmal auch so ein bisschen schöner damit, ne, aber in dem Fall, war es so, mehr so für mich, ne, aber jetzt hier bei dem Tütteln dachte ich mir auch so, komm, das kann einfach mal so bleiben, genau, ich kann mir auch vorstellen, dass wir bald durch sind, merkt ihr das? Ihr merkt das doch auch, oder? Viel kommt da nicht mehr, hier, um übrigens zu verhindern, dass er da irgendwelche Brücken aus Versehen macht, auf der Unterseite, da kann man auch schon mit dem Cuttermesser nochmal zwischen den Kontakten da mal durchgehen, also quasi durchschneiden, dass da definitiv keine Verbindung besteht, ne, zwischen links und rechts, vor allem, wenn man dann irgendwie mehrere, ähm, man hat ja da mehrere Plus und mehrere Grounds da nebeneinander, wenn man die ja alle mit Lötzchen verbinden muss, dann kann es mal schon passieren, dass da so eine dicke Wurst dann auf der Platine drauf ist, und ja, dass da halt nichts überschwappt, ne, das ist ja ein Nachbar, was von der Wurst abkriegt, deshalb ist es da ganz gut mit der, ähm, mit dem Messer, Cuttermesser, wie auch immer, ähm, das Ganze freizuschneiden, genau, deshalb da sieht man auch hier ganz gut diese, diese Striche, die da drauf sind, sehr hell, ne, ja, hui, so sieht das Ganze bis jetzt aus, und, äh, oh, Heißklebe, guckt wieder weg, alle weggucken, deshalb da mache ich auch ganz gerne am Ende nochmal, also quasi da, wo, wo die ganzen Sachen drauf gelötet worden sind, da, wie man es jetzt auch hier gesehen hat, mache ich nochmal Heißklebe drauf, nicht, dass durch das Bewegen, ne, wenn das alles noch nicht so 100% oder wenn es noch in Bewegung ist, nicht, dass da irgendwo was abricht, oder Lötstellen abbrechen, da habe ich halt keinen Bock drauf, vor allem bei starrer Leitung kann ich euch das sagen, da würde ich das auf jeden Fall empfehlen, und hier habe ich zum Testen einfach mal, dass mit, ähm, die Kontakte nicht, dass da irgendein Kurzschluss entsteht, das Ganze, ähm, mit dem Kreppband hier, äh, ja, zuge, zugemacht, geschützt, ne, hier versuche ich das Ganze auch wieder, ihr seht das jetzt hier, da war gerade der kurze Alarm, aber da habe ich es auch gerade versucht mit, mit, ähm, mit, äh, genau, ich versuche jetzt hier gerade den Temperatursensor auszulösen, und mit den 2 Grad in 5 Sekunden, das ist echt nicht einfach, ich sag's euch, genau, und jetzt hier, ich wollte das Ganze erst wieder abmachen, und dann schön mit schwarzer Klebe, mit schwarzem Klebeband jetzt hier, aber habe ich es einfach drangelassen, einfach nochmal drüber, zwei Lagen, ja, viel hilft viel, genau, das habe ich jetzt einfach hier ganz, ähm, ganz, ähm, locker flockig, so einfach da zusammen gemacht, ja, ich weiß, manche haben von euch andere Ansprüche, und Heißklebe ist doof, ich weiß, ihr könnt das auch schöner machen, ich habe das eher so praktisch jetzt hier gelöst, und hier auch wieder bitte weggucken, Heißklebe, da gibt es zwei extra Schraubkontakte, Schraubkontakte, so Schraubpunkte, wo man die Platine hätte draufschrauben können, habe ich aber nicht, ich habe sie draufgeklebt, ja, ich habe mal mir die Freiheit genommen, bei meinem Gerät da so zu machen, wie ich da Spaß dran hatte, und jetzt hier, äh, habe ich die ganzen, die ganzen, äh, Kabel so ein bisschen so schick gemacht, und dann mit schwarzem Klebeband in Form gebracht, ne, das ist quasi die Bikini-Figur für, für, ja, Freibad, ne, ist einfach hier gleich zum Zusammenmachen, weil ihr seht, da ist so viel Kabelzeug, und, dass das Ganze so ein bisschen sortierter, geordneter ist, ne, sollte man schon gucken, dass man das dadurch so ein bisschen, äh, schöner macht, ja, und da habe ich gemerkt, oha, stößt an, deshalb musste ich da die, die Kontakte nochmal wegschneiden, habe dann, damit da nicht irgendwo was zusammenkommt, hier die Kontakte abgeklebt, und, das Ding blieb zusammen, das weiß man ja manchmal immer nicht, ne, je nachdem, wie viel man da macht, und hier die Schrauben, ja, die waren dabei, einfach zusammenschrauben, und einerseits so ein bisschen merkwürdig aus, die hatte so einen lustigen Kopf, der war keine Ahnung, ein billiger Kopf da, so ein Ei, genau, und, Test, oh Freunde, ist funktionierter, das weiß man ja immer nicht, ne, ob das auch wirklich funktioniert, seit, links, rechts, hat alles geklappt, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, unsere feine Badekappe da aufzusetzen, auch hier schön mit Sekundenkleber wieder, ich war gerade im Fluss, im Sekundenkleberfluss, ja, ist halt eine einfache Geschichte, eine einfache Sache, vor allem bei Kunststoff, ne, dran machen, draufdrücken, festhalten, ist halt eine einfache Geschichte, ne, also, jetzt mal ehrlich, und jetzt hier, ja, da könnt ihr hier dieses C-Modell, hier im Blau, könnt ihr da eigentlich drauf machen, aber ich wollte so einen schönen roten Drehschalter haben, deshalb habe ich da hier, äh, mit so einem Lochding da, so ein bisschen Holz rausgelocht, und dann habe ich mir einfach, das so quasi zurecht gefeilt, es ist einfach nur wirklich Holz und gefeilt, und rot angemalt, mit so einem weißen Strich, dass es halt ähnlich aussieht, und dann habe ich hinten noch das Batteriefach, so ein bisschen ausgepolstert, dass die Batterie ein bisschen Komfort hat, und dann habe ich hier solche billigen, ähm, Anti-Rutsch-Sticker da dran gemacht, unten, ne, wegen Standfestigkeit, aha, ja, uh, das Bild wie dunkel, muss ich mal kurz klicken, bevor es gleich wieder weitergeht, genau, wow, Freunde, ich muss mich mal ganz kurz erholen, von vielen Reden, wir sind schon so lange dran, ah, wir sind aber eigentlich noch nicht ganz durch, denn jetzt kommt gleich nur noch der Test, ihr seht, der Drehschalter steht auf Test, und was das bedeutet, das wissen wir alle, es muss getestet werden, beziehungsweise muss ich euch das Ganze vorführen, klick, ne, woanders klicken, muss ich euch das Ganze vorführen, und, ähm, dass ihr auch wisst, dass das Ganze funktioniert, ich klicke jetzt hier, und ich hoffe, es geht jetzt hier gleich, ja, oh, das Bild wird direkt wieder hell, und, oh, mit Ton, hier bei mir am Kopfhörer ein bisschen leiser machen, ja, und das ist das fertige Gerät, im, im Tageslicht, der rote, schicke Schiebel, Schiebedrehschalter, den wollte ich halt, wie gesagt, also, bei dem Licht sieht man, ihr seht das auch, ne, man sieht die LEDs halt relativ wenig, ich hatte auch übrigens erst überlegt, ob ich aufgrund der Helligkeit, ähm, der LEDs, zwei E-Seite reinmachen soll, aber im Dunkeln, das seht ihr auch gleich, ähm, und vor allem mit diesem, mit dieser Kappe, die da, ähm, so schön angeraut wurde, ist das im Dunkeln, wie gesagt, hervorragend, ein Ding reicht auf jeden Fall, und, ja, ach, guck mal, der, der feine Drehschalter, oder einfach hier mit so einem Lochbohrer da, der auch glücklicherweise direkt so ein 6mm Loch da mit da reingemacht hat, da muss man die Oberseite nur so ein bisschen, ähm, äh, wieder zumachen, ne, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen, ähm, Spänen, quasi, nämlich so Holzraspeln, ein bisschen Kleber, links und rechts wird das Ganze auch so ein bisschen angefeilt, joa, Temperatursensor da einmal, was haben wir noch, äh, unten, oben, links, rechts, alles gezeigt, oh, Bild wird wieder dunkel, was passiert jetzt? Bild wird wieder, oh, Bild wird hell, aber es ist dunkel, verrückt, wie geht das denn? Ja, ich habe das Ganze hier natürlich für euch richtig im Dunkeln getestet und ihr seht es hier auch schon, im Dunkeln ist es gleich vom Licht her viel, viel besser, ne, also was jetzt unsere Kappe da angeht und die LEDs, das ist ein Träumchen, oder? Wie in echt, sieht nur ein bisschen anders aus, wäre das das Original, Freunde, da würden alle sagen, ja, das ist das Original, ja, funktioniert auch und ihr seht das hier auch wieder mit den einzelnen Zonen, von der Farbe her, hier mal ein bisschen weiter weg, und, was mache ich jetzt? Jetzt wird angegriffen, ab in der Hand, und ihr seht jetzt hier, ich kann damit draußen rumlaufen und vom Sensor her, ich glaube, wir sind auch immer noch in Zone 1, bei Grün, ne? und ich kann damit so rumlaufen und es misst halt verlässlich und jetzt hier Zone Gelb, also links und rechts ist quasi was Zäune und Büsche und so und je nachdem wirklich, wie nah ich da rangehe und welche Richtung, wird das auch erst angezeigt und jetzt selbst hier bei der, bei der lilanen Zone ist das Ding halt, arbeitet es bei der Dunkelheit verlässlich, also das muss ich wirklich sagen, ich habe echt am Anfang gedacht, wo ich das im Hellen getestet habe, dass das nicht so verlässlich wird, aber, oh, Klack aus, oh, das ging aber schnell, wow, ich habe echt erst gedacht, ich muss mal rumklicken, zum Thema Test, ich habe echt erst gedacht, dass das, weil ich das in, in hellen Räumen quasi erst getestet habe, da war es mega empfindlich oder anfällig, aber im Dunkeln, wenn ihr dieses Gerät im Dunkeln benutzt, mit den Einstellungen, ihr habt es gerade gesehen, es funktioniert auf jeden Fall verlässlich, ihr müsst auf jeden Fall nur darauf achten, dass wenn ihr das irgendwo hinstellt, dass das nicht direkt auf dem Boden ist, sondern dass es ein bisschen erhöht ist, es sollte schon, also ich hatte das auch, das habe ich hier rausgeschnitten, ich hatte das erst direkt mal auf den Boden gestellt und da kam es halt ruckzuck zu irgendwelchen Reflektionen, deshalb da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass das erhöht steht und dass es nicht wirklich hell ist, also es muss nicht so mega dunkel sein wie hier, aber ihr solltet das nicht bei Tageslicht benutzen, wenn ihr verlässliche Untersuchungsergebnisse haben wollt, wow und jetzt Freunde, haltet euch fest, wir sind durch, Flux 2 nachgebaut, danke Emmett Brown für diesen Plan, den ich euch jetzt hier mit meiner Stimme präsentieren durfte, ja ich möchte euch auch jetzt nicht länger irgendwie aufhalten, baut das Ding nach oder kauft es, müsst ihr selber wissen, ihr könnt es auf jeden Fall jetzt nachbauen, und ich habe euch alles gezeigt, was ihr zum Nachbauen braucht, berichtet mal, wie gut das mit dem Nachbau geklappt hat und ja, nee, komm, ich lasse es, ich lasse es, wir sind denke ich mal durch mit dem Thema, bei Fragen, fragt, kommentiert, besucht mich auf Facebook, da bin ich auch, besucht mich auf Instagram, da bin ich auch, ja YouTube, da werdet ihr wahrscheinlich das Video gesehen jetzt haben, teilt es mit allen, sagt mir mal, vor allem das würde mich mal interessieren, ob das von der Länge her, so mit den Videos, ob das so in Ordnung ist, ob die vielleicht kürzer sein müssen, diese Nachbauvideos, ich habe das Gefühl, dass die langen Videos, ja manchmal vielleicht nicht so ganz gerne geguckt werden, aber, wer weiß das schon, so jetzt sage ich wirklich, auf wie sie gehen, haut da rein, tschüssi Kowski, und so weiter und so fort, Flux 2 wurde nachgebaut, offiziell bestätigt, und bis demnächst, ciao mit V und ohne, Tschüss. Tschüss.